Moin Moin zum Kaiba Tava Schrein Guide. Dieser Schrein gehört zu diesem Foto hier. Und um diesen Schrein zu aktivieren, müssen wir einmal die Königsmontora besiegen, die am einfachsten zu besiegen ist, indem wir Elektro-Kram benutzen. Zum Beispiel Pfeile, Waffen oder eben auch Obosas Zorn. Zuerst nehmt ihr einen Metallblock und packt ihn zwischen die zwei Kugeln. Benutzt den nächsten Metallblock dann so, dass die Plattform einmal nach oben fahren kann und setzt dann den Block oben auf die Plattform rauf. Nimmt nun die Metallkugel und packt sie genau über diese Stange rüber, so dass die die ganze Zeit da oben hängen bleibt. Als letztes nehmen wir dann den großen Metallblock, aber bevor wir ihn hinsetzen, machen wir erstmal eine Eissäule und stellen dort auf dann den Metallblock drauf. Und um an die Truhe zu kommen, erfolgt nun ein Geschicklichkeitsspiel. Der Geist Vielen Dank.